und willkommen zurück wir machen gleich weiter mit security breach zuletzt sind wir hier stehen geblieben vom salon saloon das nennt und wir machen jetzt gleich weiter ich weiß ganz genau wir sind denn hier ist princess quest aber sein sehr kaputt das roxen Poor Roxy. Who's there? You can't hide from me. Roxy, are you there? Gregory. No! Gregory, run! Roxy's after you! Gregory, are you there? Cassie, I'm okay. I found a spot to hide. Turn off the nodes in the salon to follow Roxy. Hurry, she's close. Gregory! I gotta get in there. There are three cables. Aber eine Sache frage ich mich jetzt. Was ist das für ein Bereich? Der sieht voll cool aus. I can't get the mask off again! Ich bin! Diffie, lass力! Diffie, lass力! Diffie, lass力! I can't get the mask off again! Ach, das ist der Saloon. Ach, das ist der Salon. Ach, das ist der Salon. Hier ist auch die Decke von irgendwo runtergefallen. Schon leider, wenn ich manchmal ein bisschen wenig rede, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht ein Video aufnehme und einfach nur für mich spiele. Was ist das Kuchen? Was ist das Nächste? Was ist das Nächste? Stopp! Die sind Nächste! Die sind Nächste! Wie kann ich denn das hier jetzt starten? Ah, wahrscheinlich brauche ich dann ihr Gesicht, aber... Warte, ich gehe nochmal nach ganz vorne. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Naja, ich kann nicht nach ganz vorne mehr gehen. Dann habe ich gar nichts vergessen. Dann weiß ich gerade einfach nur nicht, wie es weitergeht. Ah, hier die Schiere ist ein Gegenstand. Wo war das Scheißteil nun mal? Ich glaube, das erste Mal sterben von diesem Typen jetzt. Ich muss ihn hinlocken. Ich hoffe, es hilft, es heilt die Schmerzen. Mein Schmerzen kannst du überhaupt nicht. Ich hoffe, es hilft, es heilt die Schmerzen. Wo war denn das Teil? Wo war denn das Teil? Kommt näher. Wo waren diese... ...diese scheiß Teil? Ich hab gar keine Ahnung, wo das ist, wenn ich bin jetzt dieses Tag, oder? Ich bin jetzt schon ein Paar. Ich bin jetzt schon ein Paar. Ich kann mich nicht mehr sein. Ich habe nichts von mir. Oh! ich hab richtig dumm und der tag habe ich nicht vorhin noch eins gesehen da ist ja hier hinten einer der generatoren noch an oder als störsender oder so er kommt und 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 generatoren ist jetzt ohne ja geschafft er ist direkt hinter uns okay Leute das ist das haben wir jetzt auch geschafft ein recht schwerer Part und ich glaube ich habe ihn sogar falsch gemacht finde ich mich nicht irre ansonsten so ist richtig sonst geht es eigentlich jetzt wieder also wir machen zuerst den hier so die 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 Cassie läuft so langsam irgendwie. Die sprintet nicht, die joggt. Was macht Chica jetzt hier? Hä? Auf einmal ist Chica da. Junge, ich hab mich richtig weggeworfen, hab ich mich. Oh Leute, ich bin so hyped, wenn endlich Freddy zu sehen ist. Aber nicht so, wie es ihm geht. So. Ja, jetzt geht schon mal nichts. So. So. Oh, das ist neu. Und hier ist Foxy. Haben die eigentlich alles fertig dann gebaut? Hier ist eine Holzbahn oder so. I don't hear anything. I hope I'm not too late. Gern schon tief geht's jetzt hier. Ich darf Gott. Warte, was steht da für? Ach so, das ist ein Roxy Raceway Spot. Aber warum geht's hier so tief? Jetzt so? Also da. Morty? 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 Vielen Dank. Okay, wir sind runtergefallen. Nochmal. Monty. Nein! Ach komm. Jumpen ran, Profi. Die Huchte. Oh mein Gott. Aber das ist jetzt hier hinten eigentlich von nöten. Wo ist denn er? Ja, hier sind seine Haare. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. 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 Oh, 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 oh. Und schon. Ist gut, wenn du Wasser landest, oder? Monty tot. Was glaubt ihr? Ich glaub monty is is dead. Aber redet auch gar nicht mehr, nur auch Roxy redet. Und halt Nuhn. Und so. aber ich kann meine muskel gerade anziehen das kann ich denn hier verwenden ach die leider geht es nicht weiter alles muss ich hier tun auch ganz schön starker steve pot hier Gregory? Gregory, I made it to the raceway. Are you okay? Hmm. I might be able to get a signal if I head deeper into the raceway. Do you need assistance? Do you need assistance? Do you need assistance? Do you need assistance? Shh! Be quiet! Eigentlich brauche ich schon Hilfe. Kannst du mich tragen? Do you need assistance? Do you need assistance? Okay. So. Look, I don't need assistance! Hört sie nicht. Holztüren. Oh mein Gott. Ich hab sie nicht gesehen. Und sieht uns umgebracht. Haben wir jetzt... Ne Monty's... Doch Monty's... Chica's Jump... Jumps haben wir noch nicht gesehen. Und von diesem komischen Glitch. Ach hier bin ich. Hab ich hier gehofft? Hallo? Hallo? Hä? Sie war doch gar nicht mal bei uns. Wie hat sie uns jetzt umgebracht? Keine Ahnung. Okay. So war jetzt so gut. Ich bin ja nicht. Ah! I'm so scared and alone. Here I am. Over here. Just follow the sound of my voice. I'm here! I can't hide forever! Gregory? You can't hide forever. She hasn't found him yet. I'd better find him first. That's a tyranny. Thank you. I can't say breathe. She's calledсь a bee! Lori's twinklyięику. Mary lives here. Pick if Ifиф andγovic are locked on these. She's called einbumuz, After that, she'll be squirtable as she standing on the floor. They pointed other out on the battlefield. Would you like to see your Comb up on other names? Give up. You can't live. Okay, ich habe das Prinzip jetzt hier draußen mit ihr. Oh, man kann nach außen schauen von hier. Was ist jetzt los? Wie cool, dass es da einfach raus geht. Was muss ich denn jetzt machen? Ist hier irgendwo ein Fernsehen? Oh, die bekommen ein altes Aussehen. Mit der Maske. Okay. Man darf wohl nicht zu nah zu ihr gehen. Gut, ich glaube, ich würde sagen, für diese Folge war es dann auch wieder. Und ich gucke jetzt noch kurz, wo wir spawnen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn wir... Ich gehe mal kurz hier voran. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Keine Ahnung, warum das selbst vergefahren ist. Und wir sehen uns dann hier auch. Ciao.